Hallo und Glück auf vom Trainingsgelände des FC Schalke 04. Heute mit dem einzigen Trainingsupdate in dieser Woche. Vor dem Spiel gegen Osnabrück wird nur einmal öffentlich trainiert. Ansonsten alles hinter verschlossener Schranke. Zu wichtig das Spiel am Freitagabend gegen den VfL Osnabrück. Beide stehen im Keller. Ein Sechs-Punkte-Spiel, wie man so gerne sagt. Wir schauen erstmal aufs Personal. Dominik Drexler ist heute nicht dabei. Der muss ins MRT. Und ebenfalls auch Yusuf Kapadai. Der hat beim Warmmachen vor dem Spiel in Düsseldorf Probleme am Muskel gehabt. Muss auch ins MRT. Das wird auch mal gecheckt. Danny Latzer immer noch mit einem leichten Muskelfaserriss. Hat heute leichte Übungen in der Halle gemacht. Und Kenan Karaman. Der war ebenfalls auf dem Platz. Ist aber auch vorzeitig weggegangen. Das war aber so geplant. Ja, auch er ist etwas angeschlagen. Ansonsten, ja, kennen wir ja Thomas Ovean. Trainiert bei der U23. Wird am Freitag auch keine Rolle spielen. Sind dann alle an Bord. Ja, aber zwei waren von der U23 heute dabei. Längst gefordert Steven van der Sloot und auch Jimmy Carparos. Die haben heute bei den Profis mittrainiert. Bin sehr gespannt, ob die dann vielleicht am Freitag eine Rolle spielen. Ja, die Situation auf Schalke. Man sieht selbst heute waren beim Training nicht mal eine Handvoll Fans da. Das kann natürlich auch am Wetter liegen. Das ist sehr unangenehm kalt und nass. Aber nichtsdestotrotz, viele werden sich den Weg einfach hinsparen, weil sie vielleicht auch gar keine Lust haben, sich dem FC Schalke 04 hier zu widmen und dem Zeit zu schenken. Aber die Mannschaft und der Vorstand und der Aufsichtsrat, die haben sich Zeit genommen und haben einen offenen Mitgliederbrief geschrieben. Und wir haben Tobi Mohr gefragt, wie das denn zustande gekommen ist. Ja, der Mannschaftsrat hat sich zusammengesetzt. Nachdem so ein bisschen in der gesamten Mannschaft, gerade nach dem letzten Auftritt, ja, dann nochmal deutlich wurde, dass die Fans natürlich genauso wie wir nicht zufrieden sind, war uns ein großes Anliegen, da auch nochmal uns an die Fans zu richten, weil wir ja an dieser Situation auch nur gemeinsam rauskommen. Wir haben uns das natürlich als Spieler irgendwo eingebrockt, aber nichtsdestotrotz brauchen wir die Unterstützung auch von den Fans und die wollen wir nicht verlieren. Dementsprechend, wie gesagt, war es ein großes Anliegen, da nochmal uns an die Fans zu richten. Ja, Wiedergutmachung ist angesagt und die Bitte an die Fans doch, dann doch zu supporten, das ist schon extrem wichtig. Ich glaube, auch wenn im Stadion dann kein Support ist, gerade bei so einem wichtigen Spiel, das könnte auch nach hinten losgehen und das will, glaube ich, kein Fan. Um ehrlich zu sein, machen wir uns da, was das angeht, keine Gedanken, weil wir einfach hoffen, dass wir supportet werden. Wenn nicht, wissen wir auch, dass wir uns da selber eingebrockt haben und das Ganze auch selber wieder ausbrocken möchten. Dementsprechend wollen wir auf den Platz Gas geben und dann uns den Support, sollte er nicht da sein, wiederholen.